Denn mittlerweile ist es so, Tanzsport ist Spitzensport und da muss man wirklich alles tun, um sich seine Trainingsleistung ein bisschen zu verbessern. Und da gehört eben dazu, wirklich auch den Ursprüngen des Tanzes ein wenig auf die Spur zu kommen. Hitsch Nummer 4 Aus Ungarn haben wir da gesehen Robert Marco und Mara. Und Adres Kufza und Melinda. Im Vorjahr waren sie auch schon hier am Podest zu finden und was anderes als wieder ein Podestplatz wäre für sie ganz bestimmt enttäuschend. Generell des World Masters eine Veranstaltung von zehn, die da wirklich zusammengefasst sind, eben in der World Masters Serie. Vielen Dank. Vielen Dank. Innen комментарien. Danke.